Lektion 111 Zur Wiederholung am Morgen und am Abend Wunder werden im Licht gesehen. In der Dunkelheit kann ich nicht sehen. Lass das Licht der Heiligkeit und Wahrheit meinen Geist erhellen. Und lass mich die Unschuld im Innern sehen. In der Dunkelheit kann ich nicht sehen. Wunder werden im Licht gesehen. Und Licht und Stärke sind eins. Ich sehe durch die Stärke, die Gottes Gabe an mich ist. Meine Schwäche ist die Dunkelheit, die von seiner Gabe aufgelöst wird, indem sie seine Stärke an deren Stelle setzt. Und da sie die Dunkelheit sind. Zur vollen Stunde. Wunder werden im Licht gesehen. Zur halben Stunde. Wunder werden im Licht gesehen. Und Licht und Stärke sind eins. Wunder werden im Licht gesehen. Wunder werden im Licht gesehen.